so was gab es in so willkommen zu können kommt der Mio in der Nähe der Richter es gibt Mb3 im Hintergrund immer wieder Mb3 gebraucht weil ich keinen Bock hatte Blackout 2 zu bringen weil dieses Spiel einfach nur scheiße ist und dann besitzt sie eine glaube ich 110 oder 113 Sekunden nur auf Daumen mit dem PS7 das Spiel Schalldämpfer und erweitet den Max Mb7 eigentlich war für richtig nubig aber wie jeder sagt ist mir eigentlich scheißegal ich bin die Waffe mir hat es Spaß gemacht in der Unterstieg und es sind äh es waren Hacker dabei also zuerst war er nicht dabei ich hab zuerst die Gegner vernichtet und dann sind die rausgegangen genau hier glaube ich und dann ist so ein Hacker reingejoint und ein paar Tryharder und der Hacker hat mich immer kurz vor meiner Double Moab geholt deswegen habe ich auch keine Double Moab oder so hier auf der Map weil die Kinder waren richtig schlecht die drüben waren zuerst und dann sind alle rausgequittet das waren alles Franzosen in der Lobby und so war ich eigentlich nicht so gut aber dann ist so ein Großbrit der reingekommen und dann noch zwei Franzosen der Hacker hat geheißen Anton und die anderen zwei haben einfach nur so goldene Klantik hat mir fällt gar nicht ein wie die geheißen haben aber war ein völliger witzender Mann und der Typ hat mich immer weggeheißen und mein Kumpel hat mitgespielt und er hat sich immer Kickhams angeschaut der dreht sich so um und gibt mir wenn ich spawne ich wusste nicht so um die alte Konsolen ich hoffe ich hatte es gefallen und gleich kommt Warte die möchte ich immer auf hier lege ich hin weil ich Angst habe ich sterbe hier habe ich noch drei Leute und dann das war es jetzt schaut was so jetzt guck's mal die ganze Geschichte ich bin da hin ich habe zu verlangen jetzt kommt die Gewalt ist keine Ecke das ist echt unnötig wieder typisch getötet aber ich hätte sich gefallen und jo ist auch in 100 plus in den Typen geworden ich bin seken auf diese Real-Chul-Nerdel